Musik 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 Ich bin jedenfalls Ja, Kaya brauch ich ja ein bisschen, ne? Wo muss ich denn hin? Musik Die Verwalt Die Verwalt Die Verwalt Die Verwalt Gutsch M-m-m-bisschen Wenn ich da mit Vince bis Level 10 komme, dann reicht's Luna, danke für den Biss Vielen lieben Dank Unser kleines Trostpflaster, ha? Oh nein, bloß die Rückführung Bitte nicht Oh Gott Na, versuchen wir's Wir versuchen's einfach Schlimmer kann's ja nicht werden, ne? Das ist cool Das ist cool Ich würde das auch können Ich würde das auch können Und da wundert Man sich immer Dass ich alles haben will Wenn man mir alles zeigt Stopp ihm Oh, ich hab's befürchtet Neee So, wo seid ihr mein Viecher? Da sind welche Hier Da haben wir Sturzflug nach unten Ich kann mir erst am Dienstag was holen Am Dienstag kann ich mir mein Ich will Eines Schubtier da holen Mein Reiztier Ja So Willkommen zurück Willkommen zurück Ja Ich werd hier angegriffen Hallo Entschuldigung Luna und ich sind gerade In den Wald In den Wald Geflüchtet Weil ich hier noch paar Bestiariumkirchen habe Die ich äh Eventuell Gewinnen kann Um Eine Stufe Steigen Damit ich Zimmelstufe 10 Erreiche So Wo sind die Stechmücken? Oh, da sind die Stechmücken Zeichern Oh Für mich oder für Kaya? Oh je, ah für mich, okay Okay Oh je Oh, muss ich den besiegen? Was ist das denn? Hey Lu, wieso muss ich dich besiegen? Ich dachte wir sind Kumpels Was ist das? Mach's auf mich Du Katze, Katze, mag Fisch Hahaha 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 Hallo Hahaha 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 Der auch wieder Hahaha 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 Du bist da so doof, ey Hahaha 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 Selbstgeangelt Hahaha Sehr cool Hahaha Danke, Luna Hahaha 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 Was willst du Stechmücken eigentlich? Ja, der Fisch glaub ich nicht Ja, der Fisch glaub ich nicht Das kann ich Na, ich hab nur noch einen Schokobonbon Okay, warte Jetzt hab ich keinen Schokobonbon mehr Ich hab hier noch ein Fleisch hab ich auf jeden Fall noch Ja, gut, ich hab noch ein bisschen was So IP steigern Jetzt bisschen was Ahhhh Ich müsste fliegen Ahhhh Danke Danke Jetzt hab ich wieder wieder vier Schokobugeln Danke, Luna So, wo sind die Mistfliegen? Wo waren die Viecher nochmal? Ah, hier sind auch noch Viecher, die ich brauche Sehr cool Gut, vergessen wir erstmal die Mistfliegen Und wenn du so weit bist, Playa, dann äh, sag Bescheid, ne? Ja Boah, schon wieder so'n Scheiß greifen, Miko Also für Katzen ist Schoki doch giftig Ich glaube für Hunde aber eher als für Katzen Also Hunde reagieren glaub ich auf Schoki noch schlimmer als Katzen Meine ich Ich weiß gar nicht, was für Katzen extrem giftig war Auf jeden Fall, äh, diese... Oh Das ist Super Hans Ja, Super Hans kommt zu dich gefliegt Auf jeden Fall ist diese Weihnachtssterne Also diese, äh, Pflanzen, diese Weihnachtssterne Die sind auf jeden Fall sehr giftig für Katzen Deswegen haben wir auch nur Kunstpflanzen davon Jetzt habe ich sie aber auch schon wieder allein gelockt, ey Irgendwie mögen sie meinen Ruiden nicht Irgendwie mögen sie meinen Ruiden nicht Nein, nicht ernsthaft Also unsere Katzen, äh, klauen auch gerne mal was vom Teller Aber das ist dann meistens eher Fleisch Stimmt, und, äh, Schwein dürfen ja Katzen nicht Weil da, weil die irgendeine Krankheit ausüben könnten Zumindest früher Oh, das wäre ja gar nicht mehr so schlimm Früher war das glaub ich nicht Ich finde, dürfen Katzen kein Schweinefleisch essen So, wo finde ich jetzt meine Mistfliegen? Hm Ah Mistfliegen Mistfliegen Wunderbare Mistfliegen Mistfliegen, Mistfliegen Wunderbare Mistfliegen Mistfliegen Ja, äh, ja Wurde meine Mistfliegen Schau mal bei K. her zu Hause Ha, 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 ha Oh Gott Oh Gott Oh, Mistfliegen, Mistfliegen Wunderbare Mistfliegen Die Sachen sind auf jeden Fall super, super sicher Ja, wo sollten die Mistfliegen nochmal sein? So, jetzt könntest du mich theoretisch einladen, wenn du Zeit hast Ich habe Zeit Ja, die sollen hier irgendwo sein, ne? Wunderbare Mistfliegen, ja der neue Song bei Aydaria. Wunderbare Mistfliegen. Jetzt auch in ihrem Radio. Radio. Radio Mistfliege. Mit dem neuen Hit Super, super Mistfliegen. Ja. Ja, ich finde die scheiß Mistfliegen nicht. Sollst du bekommen. Ach komm schon. Die musst du auch so irgendwo geben. So sag ich in dieser Stadt dieses Ding so steil auf, wo diese Lore langfährt. Warte mal. Ich weiß nicht, Mistfliegen hier. Tada. Wo bist du denn Flulululala purer? Oh Gott. Jetzt setzt mir jedenfalls an die Sonnenküste. Macht das! Ich angele mir hier nochmal Mistfliegen. Wenn du eine Mitfahrgelegenheit suchst, sag Bescheid, ne? Ja. Du musst mir dann nur kurz den Standort checken, wo ich hinkommen muss. Also deinen Standort dann tatsächlich checken, wo ich hin muss. Mach ich. Wo ich nicht weiß, wo du gerade rumgeisterst. So, letzte Mistfliege. Oh, ich bin fast Level 10. Geil. Jeder ist eingeladen, dazu zu kommen. Das stimmt. Danke, Albrecht. Ich bin Stufe 10. Danke. Danke. Oh, ich habe Medica bekommen. Und Rizeda. Zu 15. Schön. Musst du mal einen geben. Ey, aber ich habe gut aufgeholt mit Level 10. Ja gut, dann kann ich einmal kurz meine One-Shot. Ja, hier sind halt auch alle ein bisschen stärker als ich gerade. Zumindest Druiden. Na, nee, auch. Ach, ja, auch mit meinem anderen, klar. Viel Spaß im Lock, Luna. Viel Spaß. Warte, dann kann ich einmal kurz. Beide Klassenquest tun. Machen. Tun sollen. Machen, tun, dingseln. Machen, tun, dingseln. Warte, jetzt könnte ich wohl eine Mittwoche Gelegenheit beanspruchen. Äh, warte kurz. Ich hole nur kurz meine Klassenquest ab. Ähm, warte. Geht ganz schnell. Ja. Alles gut. Ja, da ich, da das hier nicht zur Hauptstory gehört, kann ich das einfach durchflexen. Für mich. Ich, äh, eile es. Du kannst mir aber dann schon mal deine Standorte schicken. Ja, mach da gerade, aber irgendwie nicht mit rechtsklicken. Na gut. Ich bin doch auf beim Terra. Oder, 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 oder sag mir einfach den Ort, wo du bist. Geht auch. Oder schick mir ein Bild. Schick mir ein Bild, das ist doch einfacher. Na gut. Einfach ist immer gut. Ja. Wo muss ich denn dafür hin? Ach, da müsste ich hin. Dann, da bist du. Oh Gott. Ich will mit ihr heute noch eine Inni laufen. Inni-Pini. Ah, da bist du. Was will ich denn mit das da? Okay, ich eile. Jo. Dankeschön. Wir sehen, von wo du kommst. Mhm. Taxi ist da. Oh. Das Ding fix. Ja, ne? Ja, ich muss nach. Ich weiß. Ula, du da. Ula, ja, ich weiß. Ja, sag ich doch, Ursula. Also ich mag meine neue Frisur. Das stimmt, ich muss ja auch einmal kurz noch mal nach Gridani und die andere Frisur ausprobieren. Oh Mann. Ich hätte Frisur werden sollen. Wieso du? Du. Ja, dann kann ich dir jetzt eine Titze-Zick-Frisur machen. Äh. Äh. Jo. Nein. Dankeschön für's mitnehmen. Dankeschön für's mitnehmen. Gerne. Gerne. Jo. 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 Wo bist du denn? Acht, da bist du. Ich bin in Gridani. Ne, ne, äh. Die Mummo-Di. Ah, jetzt habe ich den Scherz lang genommen. Ich wollte doch nicht schneller laufen. Äh, da. Ja, ja. Warum kann man diese Szene nicht überspringen? Weiß nicht. So, ich will neue Frisur. Wie sieht sie aus? Und bitte einmal hier. Uh, die ist aber auch schick. Ja, man hätte mir das nicht zeigen dürfen, ey. Man hätte mir das Ding nicht zeigen dürfen. Man hätte mir das Ding nicht zeigen dürfen. Man hätte mir das Ding nicht zeigen dürfen. Wer hat dir das nicht gezeigt? Das Internet. Na gut, und Halbwurz hat es mir ungefähr erklärt, wie es geht. Okay. Wir haben da vorhin nämlich, äh, noch drüber getipselt gehabt. Und, naja. Ach Gott, wo bist du denn jetzt schon wieder? Ja. Nee. Die andere finde ich zwar besser, aber ich lass die erst mal. Oh Gott. Wo ist denn da hin, ey? Ich schick mal ja. Äh, ja. Boah. Ähm. Ja gut, da kann ich dich nicht hinschicken. Das ist ja in der Stadt. Äh, ich kann... Ach so. Jo, stimmt. Also warte, ich kann nicht aber... Nee, nee, mach erst mal fertig da. Nee, ich kann nicht da hinführen. Warte mal, wo lungerst du denn rum? Ich bin grad bei der Kreuzung, wo es halt zu diesen beiden Dingern gibt. Moni? Geht, nee, nee. Ich find das schon, mach mal. Okay. Weil, wenn ich jetzt nicht weiß, wo du bist, kann ich dich da auch nicht hinführen. Leider. Äh. Ich wüsste jetzt eh, wo du bist. Ich bin richtig. Okay. Was, wenn ich mochte hier jeweils einmal zwei? Äh, denk dran, wenn du an solchen Kristallen kommst, die du noch nicht harmonisiert hast, hier zu harmonisieren, dann kannst du es später einfacher. Ähm. Ja, stimmt. Ja. Bäh, nein. Lass mal das hier. Ähm. Ich hab Heilbrot einmal hinzugefügt, ne? In die Gruppe. Mach mal. Ja, ich hab das einfach mal. Ich hab das hier vorher schon. Ich hab das hier in das Hbor. Ich hab das hier in das Hbor. Er ist gerade mal, wenn ich mich an siehör. Der Nr. Und jetzt bin ich auf jeden Fall. Ich hab das hier raus. Und jetzt bin ich ein Hbor. Okay. ich habe doch kein plan wo ich muss ich bin zwar irgendwie richtig aber ich bin nicht wahrscheinlich hat es wieder mit den ebenen zu tun ja ich komme gleich ich muss leider da habe ich immer da habe ich immer schwierigkeiten egal welchem spiel ja ich komme gleich du musst mir nur ungefähr sagen wo du bist die map so genau beschreiben wie es geht am besten wenn du irgendwo einen blauen zipfel siehst wir sagen wie er blaue zipfel heißt so ein blauer kristall wenn ich weiß wo wie ein kristall in der nähe ist dann finde ich dich ja ja gut er ist einfach nur stadt amethyst das ist jetzt aber beide bist der standort gladiatorngilde konnte ja das ist ja weiter danke aber ich wohnen wir das in jahren gezeigt warum ist das bier eigentlich immer alle ich habe das irgendwie zweimal bei zwei ausgänge ende der redner und ende der redner und aber ja ja das dass das weil beide wege zu auswärts und beides hier sind die selbe dingens warte ich komme so gladiatorndingens war das na ja da bist du 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 ja so gut gut wenn ich halt etwas überfragt war das werte du musst du ein bisschen geht an das wertvollste objekt versiegeltes schreiben zu um einbringen das heißt ich will gerade mal gucken das ist zentral, das ist das ähm und das hier ist das das hier danke, ach du ist das, Hybrid ja der hier rumzaubert und du musst warte mal das heißt, ah ok ich hab's folg mir einmal und gleich denke ich wahrscheinlich wieder oh Gott, warst du blöd na, ist schon nicht ganz einfach also nicht du, ich ja, ist aber trotzdem schon nicht ganz einfach ist schon hast du den Kristall da hinten harmonisiert da hinten ja den jetzt hier noch nicht, weil jetzt laufe ich hier das erste Mal vorbei dann einmal harmonisieren so und jetzt einmal ich hab immer Angst, dass ich selber falsch laufe wir sind aber richtig ganz oben ist das ganz oben ganz, ganz oben hier ist dann gleich nochmal ein Kristall, den du einmal harmonisieren kannst hast du einmal hier komplett hinter den kannst du einmal harmonisieren ne, den hab ich schon gut und dann einmal hier dann ja, eher hier aber wir warten dankeschön da baust du so noch raus habt ihr dich auf Level 99 noch nicht hingefunden so ein hohes Leere gibst du nicht 80 ist glaube ich das höchste gerade achso, hast du dich gesagt nur 90 oder ne, 80 gerade ist 80 gerade meine ich ist 80 das höchste Level ich glaube mit Endwalker wird es dann ja glaube ich nochmal angehoben oder? oder irre ich mich? bitte verbessert mich, wenn ich falsch liege so quasi auch wie bei Ultrapoptic Level immer weiter angehoben ich glaube mit dabei gibt es bis zu ja auch wie bei WoW aber bei WoW wurde es wieder zurückgestuft ja, 80 und 90 ist er mit Endwalker oh, ich find Hybrid, ich find deine Rüstung so geil also alle die du hast ist genauso wie bei Luna Lunas Rüstung find ich auch geil weißt du und ich hab hier so ein Larifari Ding wobei damit sieht die Frisur geil aus mit der Rüstung und wie sieht sie hiermit aus? okay mit dem Faustkämpfer sieht sie geil aus Faustkämpfer aus wo mach ich? 60 und WoW C70 der alte Server hat ein höheres Level als der neue oh Gott also bei WoW bin ich sowieso nicht durchgestiegen wie findest du meine Frisur die ich von Luna gekriegt habe? besser als die davor was? ja, du willst, dass ich ehrlich bin nein, will ich nicht mehr dann halt nicht mehr Hybrid, sag was dazu Gott, wo muss ich den letzten, Alter? warte er mag meine Frisur nicht und, also deine die du trägst hä? ja, das war die die ich vorher hatte die Hybrid gerade hat die hatte ich vorher ja, aber da passt es besser zu deinem Outfit ja, ich hab halt doch nicht sowas cooles bin halt doch nicht 80 Jahre alt friss meinen Staub. Ich muss zum Kohlenstaubbahnhof. Soll ich mich da mal hinteleportieren? Ja. Okay. Wenn es für die D-Mark wieder da ist. Gut, dass du eben mein zorniges Wesen nicht miterlebt hast. Oh, warte jetzt. Sag mal dein zorniges Wesen. Das ist eher süß als zornig. Ich finde das eher... Naja. Naja. Da hinten ist das. Das hier ist süß. Sofalls du mich mitnehmen möchtest. Der Bogen ist cool. Der Bogen ist cool von Hybrid. Ja, was denn? Ich sollte fliegen. Auch markiert. Okay, warte. Wenn du möchtest. Ja. Jo. Mach ich. Oh, warum kann ich schon Dienstag sein? Da kann ich mir so ein scheiß Viererviech holen. Das wird viel cooler gerade. Oh, ich erinnere mich. Das ist das Kacke. Ich glaube, ich muss dich wieder aus der Gruppe rausnehmen. Oh. Ich finde, warum wir hier nur den Zupf geholt haben. Wie ist das? Hier ist es mir markiert. Oh, stimmt. Doch. Bei dir ist jetzt was. Ja, ja. Ich muss warten. Aber wahrscheinlich muss ich die aus der Gruppe rausnehmen. Ich weiß es gerade gar nicht. Ja. Ja. Bis gleich. Bis gleich. Bis gleich. Ich muss die Steine sparen. Also, ich finde sie gar nicht mal so schlimm. Ich finde, zu dem Outfit passt das mega gut. Genauso wie ich finde, dass es halt zum Baden gut passt. Aber wenn ich jetzt beim Droiden, passt das irgendwie zum Gesamtautfit nicht. Wenn du in deinem Game nicht 100% machst, werde ich dir vor der Tür stehen. Das ist 95% in der FF. So, ich muss nur noch einen Erfolg schaffen. Dann komme ich den letzten. Alle anderen Erfolge schaffen automatisch. Masaki, ich habe dir Hand drauf gegeben. Ich mache Jack 2 auf 100%. Egal wie lange es dauert. Egal wie fast ich mich anstelle. Egal wie frustriert ich sein werde im Stream. Wir machen das auf 100%. Da gebe ich dir Brief und Siegel drauf. Habe ich dir vorhin gesagt. Wenn du FF 12 machst, mache ich Jack 2. Hatte ich sowieso mal in Ziel gesetzt. Jetzt habe ich einen Grund, das zu schaffen. Also... Wir wuppen das. Ich habe Beziehung zwei Schulter lang. Na doch, ich schon. Hatte ich selber sogar mal. Ich bin das gar nicht mehr so schlecht. Oh, da ist wieder ein Fade. Weil ihr PC nur starten möchtet. Okay, bis gleich. Ich versuche mich ja in einem Fade. Ich hoffe nur, dass ich es schaffe. Was machen die Sachen eigentlich? Du regenerierst eigene LP und die von umstehenden Gruppenmitgliedern. Äh... 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 Nochmal... Love werde ich wahrscheinlich nicht so oft benutzen. Das war das. Wo ist denn der... Letzter Erfolg ist nur noch glückabhängig. Dann hoffe ich mal, dass du viel Glück hast. Jetzt. Oh Gott, scheiße. Oh, warum erwischt... Warum habe ich eigentlich immer das recht, ey? Oh Gott. Wieso erwischen mich die Viecher eigentlich immer? Wenn ich zu blöd bin, ich weiß. I don't too blöd zum heilen. Ich würde mir gerne helfen. Ich würde mal gucken, ob wir es in drei Minuten schaffen. Ich würde mich jetzt nicht mehr im Auge behalten. Ich würde mich jetzt nicht mehr im Auge behalten. Den doch jeden Tag dazu vin 프로 Mong Tsai in der Menschstergruppe vorganken kann. What the fuck... Echt? Echt. O... Ich glaube... Du darfst den einen Typ nicht sterben lassen. Das glaube ich... Ich bin ja erst gestorben. Ich bin ja erst gestorben. Achso, okay. Ja, weil ich glaub, das Ding hatte ich nämlich auch ein Mal. Und... Ja, da bin ich gestoppt. Äh, dort? Was? 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 Wie? Was? Hä? Äh, ich... ich nicht wissen, was ich nicht mit dem Ding hatte. Ich bin echt nur überfordert. Weißt du, was dort heißt? Und? Ja. Oh Gott. Mir ist glaub, so irgendwie erstmal nichts. Gut. Mir nehm ich auch nicht. Das war noch nie die Folge. Es ist ratsam, erstmal diese Nebenwölfte auszuschalten und die scheinen irgendwie mal sicher zu kommen. Oh Gott, ich... tatsächlich weiß ich das überhaupt nicht. Kann ich dir leider nicht sagen. Ich weiß nur, dass du den einen Hauptfutzer nicht sterben lassen darfst. Ey, das ist ein Papaschan. Äh, ja. Oder wie er heißt. Ja. Hör auf, die Zahlen. Oh Gott. Äh. So. Wie gesagt, ich würde dir gerne helfen, aber ich komme da leider... Ich kann da leider nicht mit rein. Alles gut. Achso, jetzt kann ich einmal kurz gucken. Finsterwald. Dann einmal nochmal kurz woanders. Hm. Ich hab nämlich... Also das, was du gerade... ... gemacht hast... ... äh, gerade machst... ... hab ich damals nämlich auch gehabt bei meiner allerersten... ... bei meiner ersten Schar. Okay. Da bin ich nämlich auch die ganze Zeit gestorben und dann hatte ich keinen Bock mehr. Das war einer der Gründe, warum ich dann, äh, einmal den Charakter gewechselt hatte... ... und warum ich, äh, keinen Bock mehr hatte irgendwann. Weil ich, äh, das Ding nicht kapiert hatte. Deswegen... Ja. Hatte ich das hier vorher nicht schon? Ah. Okay. Jetzt komme ich gerade selber in... ... so ein Gruppendings Teil hier. Äh, ja. Äh. 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 So. Muss ich nämlich selber in... ... in so ein Teil rein. Mit Stufenanpassung. Er hat schon wieder fehlgeschlagen. Wer ist denn jetzt gestorben? Er hat schon wieder fehlgeschlagen. Aber resign. Ich bin nicht gestorben. Der Typ ist nicht gestorben. Sollen die erzählen. Will. Kannst dir leider nicht sagen. Ich hab's auch nie geschafft, das Ding, was du da machst. Ja, jetzt muss ich's ja schaffen. Der Notzen war irgendwie. Ja. Ich weiß wohl nicht wie. Better nur wissen seitdem oder nicht sein. So, dass du mir einen Teil tama pisst. Aber wenn du das sü quindi hast noch gelingt. da der baden sich nicht schließen lassen alles gut wir sind gerade beide eh sowieso hier in ich lade mich dann auch gleich wieder einzig weiter wieder da bist da ist weg da ist weg von allein. Jaja. Ich kann euch gleich wieder einladen. Keine Angst. Gleich sollte ich jetzt durch sein. Okay. Natalia ist ja auch noch am Schaffen. Oh, hier sind Kapgeier. Die kann ich dann auch wieder nochmal besiegen. Äh, ich mach jetzt erstmal den Vergriff aus. Vielleicht werde ich es morgen versuchen. Ich freue mich, dass ich andere Sachen geschafft habe. Ja, sehr geil. Herzlichen Glückwunsch auf jeden Fall schonmal. Und das letzte schaffst du auch. Wie gesagt, meins mach ich dann auch. In Middletrack 2. Das wird lustig. Ich muss das dann nur versuchen, vorm Ende Ende alle Metallschädel zu sammeln. Wie es gibt. Das ist... Hier we go. Ich kann gerade jetzt über... Um, 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 das ist von der Tür. Und neuer Feldbereich. Na ganz toll. Ich bin doch gleich wieder auf die Fräse hier. Ungewollt. Ungewollt. Ne, Kai hat es noch nicht geschafft. Ja, es durch die ganze Zeit. Also, es war erst das zweite Mal, ja. Ja. Aber ich glaube, ich weiß, woran es lag. Echt? Ja. Das ist ja schon mal was. Oder auch nicht. Das holte auch immer so einen komischen Drachen her. Okay. Okay. Und komm, erst bald besiegt. Los. Äh. Stimmt. Vielleicht war es einfach, woran es liegt. Dass du nicht weiter kommst. Falls du noch mal sterben solltest. So, erst. Auf jeden Fall, der Haupttyp ist schon mal besiegt. Jetzt kommt noch dieser komische Drache dran. Okay. Jawoll. Du hast es? Ja. Sehr gut. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Oder wie es funktioniert. Ja super, jetzt habe ich das geschafft. Jetzt muss ich diesen komischen maskierten Magier kaputt machen. Ja. Erstmal sein Gargoyle-Feed. Also was habe ich damals nicht geschafft? Musst du ja, sonst wärst du ja nicht weitergekommen. Ja, aber ich bin ja auch nicht weitergekommen mit dem Charakter. Hast du mir vorher nicht zugehört? Ach, 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 du meinst das mit dem Magier? Ja. Ja, ja, damals mit dem Charakter. Also ganz, ganz am Anfang war es. Noch bevor ich, also nicht vor dieses Jahr, sondern vor zwei Jahren, wie ich das erste Mal angefangen habe. Das habe ich doch vorhin erzählt. Da hast du doch gesagt, ah, okay. Naja. Äh. Äh, nee, äh, ja, das eine Mal und ich glaube, das andere Mal war Papa Limo, glaube ich, gestorben. War das so? Kaya kannst du jetzt besser erklären. Ich, äh, sehe ich, ja. Naja, der darf nicht sterben. Ich glaube auch irgendwie die anderen auch nicht so, also nicht so viele, glaube ich. Zuerst habe ich verloren, weil ich gestorben bin. Dann zweitens Mal war er am Leben, ich am Leben, habe aber trotzdem verloren. Das sieht aber ganz gut aus. Echt? Jo. Der ist gut. Naja, sonst hätten wir, sonst hätten wir ein Problem. Jo. Ich könnte leider dann nämlich nicht so ganz helfen. Haben besiegt. Das ist gut. Ich gebe kurz mal eine Quest ab. Deine Mechanik nicht richtig gespielt wurde. Äh, ja, okay. Durchaus möglich. Er hat es ja Gott sei Dank geschafft. Letzten Endes. Sag, dann bescheid mir nicht, wenn ich dich wieder... Okay, kann ich mich wieder einladen. Kannst du mich wieder einladen? Gott, habe ich hier viele Leute drin, ey. Hat sie hier aber was eingesammelt? Juhu, Stufe 11. Und mir raten, Stufe 15 bis ich... Ja, natürlich. Äh, so, wo warst du noch mal? Ich ätter mich gerade in die Stadt. Ach so. Dann warte da mal. Okay. Also, in der Stadt. Ja, ja. Gibt es das schon in der Stadt? Geine Antwort, äh, ja. Ja, ich hab doch gesagt, ja. Nein, hast du nicht? Doch, hab ich. Wo bist du? Äh. Was man das auch nicht auf der Karte sieht, ey. Ach, da bist du. Bleib mal stehen, bleib stehen, dann stehen, bleib stehen. Das hab ich dir eben auch gesagt. Nee, hast du gar nicht. Ich kann dir gar nichts vorstellen. Ach, du, hab ich wohl gesagt. Und, wer ist weitergelaufen? Und, 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 ja? Ja, du. Ja, nee, du. Ja, wie jetzt? Ja, sonst wärst du ja noch am Kristall stehen geblieben, ne? Ja. Man sieht das auf der Karte, ja. Äh, dir eine gute Nacht, Masaki. Gute Nacht. Ich weiß gar nicht, wo du hin musst. Ich auch nicht. Ich guck einfach, ob ich den Blick diesmal bin, ne? Ich weiß aber auch, dass du dich zu den einzelnen Dingen hin teleportieren könntest. Also. Der müsste harmonisiert sein. Ja, ja, ist er, ist er. Nee, das ist doch nicht richtig, ey. Wo musst du denn hin? Nimm doch die Kristalle, wenn du da schon mal gewesen bist, wo du hinwusst. Da eben, wo wir grad waren. Hauptquartier der Palastverhall. Meinst du, bei der eigentliche Müsten geht, oder was? Glaube. Ja, klar. Muss ja da sein. Oh, nicht so schnell. Telepodieren muss doch einfach da hin. Ist doch einfacher. Wozu sagt man das denn? Pass auf, das ist einfach falsch. Pass auf, das ist einfach falsch. Nö. Hier, ist er. Siehste. War das denn so schwer? Ich weiß immer noch nicht, wie man dieses langsam gehen macht. Ich hab das vorhin durch Zufall gemacht. Und ich weiß nicht, wie man es komplett macht. Ah. Danke. Vor allem vorhin habe ich es mit der Maus irgendwie hingekriegt. Und dem ging es nicht mehr. Ui, Sprachausgabe. Kaya, du kannst auch auf die Quest klicken und dann hast du eine Schaltfläche Karte. Da wird dir dann auf der Karte das dann angezeigt, wo du hin musst. Ja, das weiß ich. Ich hatte mich nur vorhin hier verlaufen. Weil ich nicht wusste, dass man ganz, ganz nach oben muss. Ja, das ging halt um eben. Ansonsten dann halt auf die Quest drauf. Dann halt Karte öffnen und den nächstbesten Etherit besuchen. Das vereinfacht die Wege. Deswegen sag ich ja immer bitte den Namen vom Etheriten. Den Ort des Dingens. Ich will nur noch schlechter mal klären. Ja, und ich erst. Ja, du bist dazu gar nicht in der Lage. Na, siehst du. Ich bin ein Kristall. Das ist doch schön. Ich bin ein Kristall. Nein, wie sieht das denn aus? Ich bin ein Kristall. Du bist ein Kristall? Ich bin ein Kristall. Oh Gott, will ich es sehen? Ich finde ihn gut. Guck mal von vorne. Was bist du hier? Ach so. Jetzt hast du den Lager an wieder angestellt. Da ist man mit dem Teleport schiefgelaufen. Ich glaube auch. Fruchtel schläft, glaube ich, immer noch nicht. Oh, poltert immer noch irgendwas rum. Alter, polter. Ja. Entweder ist es der Hund oder Fruchtel ist es immer noch wach. Ja. Wo musst du als nächstes hin? Äh, mit Momodi sprechen mal wieder. Dann kannst du einmal, warte mal. Oh. Abenteurer-Gilder. Am Eteriten. Ja. Klingt auf jeden Fall toll, gell? Hybrid. Was dir das spielst. Ist das wieder durch diese Mods, die es dafür gibt? Bin ich Kaya jetzt weggelaufen, oder ist Kaya? Nö, ich glaube, ich habe mich falsch geportet. Du weißt, dass du zu Abenteurer-Gilder solltest, oder? Ja, komischerweise wurde mir das aber nicht angezeigt, obwohl wir da ja das erstes drinne waren. Dann hast du dich wahrscheinlich nicht mehr harmonisiert. Ach ja, wer weiß das schon. Ach, wozu sag ich es denn? Komm mal mit. Wieso, ich bin doch auf dem Weg dahin. Ist doch alles gut? Ja, komm doch mal mit. Ach so, hallo. Hast du dich damit harmonisiert? Ja, habe ich. Warum gibt es hier keine Ohrfeigen? Ey, wie gern würde ich dir jetzt eine verpassen? Alter. Jetzt musst du einfach unterdrücken, das Gefühl. Einmal zur Abenteurer-Gilder bitte. Jo, okay, ist ja ganz oben. Oh, nee, scheiße, ich habe mich falsch geportet. Echt, gibt es wie? Was, wo? Was muss ich dafür tun? Was muss ich dafür ausgeben? Komm, sag mir. Ich will eine Backpfeife haben. Oder habe ich es schon und weiß es nur nicht. Ich brauche es. Oh, wo ist er denn? Warte. Er läuft schon mal weg. Im Voraus. Kunden nur die Gegend. Ey, bleib mal stehen, bleib mal stehen. Ey, ich will doch spielen. Du kriegst die ganze Zeit an den Geknall. Das klatscht aber nicht. Das ist langweilig. Das ist ja nicht ein Fünfer. Ah, Schlagen. Uh, okay, 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 okay. Stimmt, okay, Schlagen. Uh, wo ist Kai, wo ist Kai, wo ist Kai, wo ist Kai, wo ist Kai? Das klatscht aber nicht, das hat gar keinen Effekt. Natürlich hat das einen Effekt. Rache, pure Rache. Wenn du rübst und es kommt kein Geräusch. Nee, das ist low. Aber es stinkt trotzdem genauso gut. So, wo musst du hin? Ach, äh, irgendwo da hinten. Oh, ey, 30 Kilometer lang. Ich kann es mal wieder nicht markieren. 30 Kilometer Marsch. Sag es doch einfach. Du musst dich mitkommen. Doch, muss ich. Ich will mit dir in die Inni laufen heute noch. Natürlich muss ich. Nee, das wird, glaube ich, nichts. Wie heißt, wie heißt deine Quest denn? Dann kann mal einer der Leute nachholen. Letzte Vorbereitung. Geschenk bei Serendipity abholen. Und wie weit ist er von den ersten Inni entfernt? Woher soll ich das wissen? Nicht du. So, hast du nicht gesagt, das geht mit Level 15? Du musst, äh, in der Story halt vorankommen. Ab, nahm. Ähm, also bei Luna waren es vorhin ja noch 10, circa. Ich weiß nicht, wie weit ist jetzt noch was? Ab Level 16. Bin ich ja. Ja, äh, Quest-Level meine ich, glaube ich, oder? So gut, kann man das dann einsehen. Indem du dir deine Quest anguckst. Ach so. Ähm, ja, das ist letzte Vorbereitung. Nee, du bist noch bei Stufe 14. Der Quest. Äh, ich weiß gar nicht, was ist es denn? Ähm, ich will den Oma wieder rumpoltern. Polter die Polter. Polter die Polter, ja. Äh, war das, ist das Stimme des Meeres? Nee, geschenkt bei Serendipity abholen. Mann. Kaya, wir regeln's jetzt so. Wenn ich was von dir will, sag ich deinen Namen vorher. Ja gut. Du redest halt einfach, ne? Ja, ich kann doch nicht immer sagen, Kaya, so, ne? Ja, jetzt schon. Äh, letzte Vorbereitung. Letzte Vorbereitung hieß es. Weil ich, ich hab das hier nämlich auch offen. Ich weiß wohl nicht mehr, was die Quest dafür war. Weil so weit sollte es eigentlich gar nicht mehr weg sein. Meine ich. Ich meine, das ist relativ nah dran. Ach, da ist er ja. Sehr schön. Ah, okay. Okay, es dauert doch noch. Ja, dann schaffst du's nicht mehr. Mittwoch war bei dir Fallout, ne? Ja, warte mal. Ich kann einmal kurz auf den Plan gucken. Ich meine, das hast du vorhin noch gesagt. Ja, Fallout ist auf jeden Fall. Aber ich weiß nicht, was ich noch alles geplant hatte. Darum geht's. Äh, also ich weiß das ganz am Anfang. Das ist aber nachmittags. Äh, Brothers spiel ich zu Ende nachmittags. Äh, wo kann ich das denn nochmal einsehen? Zeitplan. Äh. Ja gut. Ja, stimmt Fallout ab 18 Uhr. Und dann, ja, bis 22, 23 ungefähr. Und danach wahrscheinlich 11, 14. Das entscheide ich dann spontan. Okay. Aber dann können wir dann eventuell dann ja weitermachen. Aber ich weiß ja nicht, wie es bei dir morgen aussieht, aber ich... Kann morgen zum Morgenabend noch gar nichts sagen. Also, deswegen. Na gut, morgenabend spiel ich nicht. Nee? Nee, morgen hab ich spiel frei. Ach so. Morgen ist ne, äh, gerade Woche. Meine ich. Zumindest ist, äh, für Dienstag erst eingeplant. Ach so. Und Dienstag spiel ich definitiv für 14. Aber ich meine... Ach so. ...müsste ne gerade Woche sein. Ja. Ist ne gerade Woche. Das heißt, da stream ich Dienstag. Erst nächste Woche wieder. Also, dann die andere nächste Woche. Jetzt hab ich dich komplett wieder aus den Augen verloren. Nee, ich denk, ich lock mich jetzt auch so langsam mal aus. Puh. Ich zieh mich jetzt hier hin. Puh. Ich weiß nicht, wo du bist. Ich kann dir nicht auf Wiedersehen sagen. Puh. Ich bin in der Abenteuergilde. Sitz hier. Ach, klar. Wo sagt man denn? Hm? Ja, was? Ich sitz hier. Ach, verschricht er. Ja, was? Ich bin in der hergerannt und dann hab ich irgendwann geguckt, wegen... ...den du noch brauchen könntest. Dann ist doch alles gut. Gut. Nee. 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 Du bist zu langsam. Na gut, war ich auch. Hm. Ich war auch zu langsam. Ich hab jetzt einen Tag mit einem anderen gemacht, Mann. Frau. 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 Mann, Frau. Frau, Mann. Kumpel. Miss Kumpel. Wie auch immer. Wie. Äh, ja, wo bist du denn? Jetzt am Tisch. Ach so. Ah. Hallo. Wink, 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 wink. Ja, goody. Ich weiß nicht, wie lange du noch machst. Ich? Lange. Ah, okay. Ich muss die Dailies noch machen. 24 Stunden. Bist du irre? Ja. Der nächste 24 Stunden Stream dauert noch. Ach, das hätten wir mittlerweile geklärt, dass ich irre bin. Ja, stimmt. Ja. Ja, gut. Irre, gaga, geisteskrank. Das sowieso. Dann allen noch viel Spaß. Und den werden wir haben. Sehr schön. War ein schöner Stream. Hat Spaß gemacht. Ja. In der Tat. Ja, und dann für später eine gute Nacht. Ja, danke. Gleichfalls. Dankeschön. Ach ja. Ach ja. Da waren wir noch alleine. Eigentlich schönes Spiel. Kann man nicht anders sagen. Danke, Kaya. Wenn wir haben, schlaf gut. Und man hört sich die Tage. Von Hybrid. Vielen Dank. Ebenso. Wir hören uns. Ciao. Ciao. Ich will mir auch noch mal hin. Zeit für den Dirk-Modus. Mach das. Mach das, Dufte. Danke, dass du da warst. Ich habe auf jeden Fall die Dailies noch vor mir. Dailies und Op-Story und ich weiß nicht, was Hybrid noch alles vorhat. Alles. Ja gut. Ich würde mich jetzt erstmal nach dir richten. Mir wäre das jetzt erstmal ein Funkel. Ich müsste nur einmal ganz kurz aufs Klo. Ich müsste einmal ganz kurz aufs Klo und dann könntest, äh, kannst du, können wir Dailies machen, wenn du magst. Wenn du möchtest. Oder mich auf Haupt-Story begleiten. Je nachdem, was dir beliebt. Ich muss nur erstmal ganz dringend, äh, wofu hin. Ich olde Давайте zurück. Musik 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 Bis zum nächsten Mal.